Eines Tages kam ein Brief von Tante Alice. Miffys Mutter öffnete den Brief und las, dass Tante Alice für all ihre kleinen Freunde ein Maskenfest geben wollte. Miffy ist herzlich dazu eingeladen, schrieb Tante Alice, und alle Kinder müssen sich maskieren. Oh, wie schön, rief Miffy, aber was heißt maskieren? Das heißt, du musst eine Maske tragen, damit du aussiehst wie jemand anderes, sagte Miffys Mutter. Also, was für eine Maske könnte das sein? Auch Poppy Pig hatte eine Einladung bekommen. Und Boris Bär hatte auch eine Einladung bekommen. Und Barbara Bär auch. Sogar Schnuffi war eingeladen. Tante Alice hatte sie alle zu ihrem Maskenfest eingeladen. Endlich war es soweit und es war sehr lustig. Tante Alice konnte nicht erkennen, wer da hereinkam. Miffy hatte eine Poppy Pig Maske vor dem Gesicht. Poppy Pig kam an und trug eine Barbara Bär Maske. Barbara Bär hatte sich als Tante Alice verkleidet. Und Tante Alice sah aus wie Boris Bär. Boris Bär hatte sich eine Schnuffi Maske umgebunden. Und Schnuffi trug eine Miffi Maske. Was haben wir alle für schöne Masken, sagte Tante Alice. Bevor es Eiscreme und Kuchen gibt, müssen wir raten, wer hinter den Masken steckt. Wer alle Namen richtig rät, bekommt eine schöne Belohnung. Sie sahen einander ganz genau an. Wer versteckt sich hinter der Maske? Wer könnte das sein? Wer ist das? Und wer ist das? Aber die Masken waren so gut, dass sie es nicht erraten konnten. Dann riefen sie alle auf einmal. Wir wissen, wer du bist. Du bist Tante Alice. Wir können dich an deiner weißen Schürze erkennen. Und dann nahmen sie alle ihre Masken ab. Tante Alice sagte, ihr habt alle erraten, wer ich bin. Und jetzt bekommt ihr auch alle Eiscreme und Kuchen. Und ihr alle bekommt eine schöne Belohnung. Sie ließen sich die Eiscreme und den Kuchen schmecken. Sie ließen sich die Eiscreme und den Kuchen schmecken. Als das Fest zu Ende war, bekam jeder einen bunten Luftballon und dann gingen sie nach Hause. Miffi dachte, das war ein schönes Fest, aber ich bin froh, dass ich ich bin und nicht jemand anderes. Miffi hatte ein großes Abenteuer vor sich. Auf Wiedersehen, Mutter, sagte Miffi, denn sie durfte mit ihren Freunden Boris und Barbara Bär zum Zelten gehen. Die beiden kannten viele schöne Plätze im Wald, aber dieses Mal wollten sie ihre Zelte oben auf dem Hügel hinter Miffis Haus aufbauen. Sie mussten hoch hinaufsteigen und ihre Rucksäcke waren sehr schwer. Aber Miffi konnte genauso gut klettern wie Boris und Barbara. Endlich waren sie auf dem Hügel angekommen. Wie schön das aussah. Es war Frühling und die Wiesen waren voller bunter Blumen. Die Vögel sangen und bunte Schmetterlinge flatterten hin und her. Wollen wir hier unsere Zelte aufbauen, fragte Miffi. Ich glaube, es wird hier oben auf dem Hügel ein bisschen zu windig sein, sagte Boris. Wenn wir ein Stück weiter ins Tal hinunter gehen, sind wir vor dem Wind geschützt. Sie gingen den Hügel hinunter. Miffi wurde langsam etwas müde. Können wir hier unsere Zelte aufbauen, fragte Miffi. Ich fürchte, hier ist es zu steil für unsere Zelte, sagte Barbara. Aber da unten ist ein See. Das wäre ein schöner Platz zum Zelten. Sie gingen weiter hinunter zum See. Hier wollen wir unsere Zelte aufbauen, rief Miffi glücklich. Es war wirklich ein schöner Platz und Miffi war jetzt sehr müde. Wir bauen die Zelte auf, sagte Boris. Und du kannst dich ausruhen, Miffi, sagte Barbara. Ich lasse euch nicht alleine arbeiten, sagte Miffi. Ich gehe zum See und hole Wasser. Ich komme mit, sagte Barbara. Miffi trank von dem frischen, klaren Wasser. Es schmeckte himmlisch. Wenn ihr ein Feuer macht, sagte sie zu Boris und Barbara, koche ich uns eine feine Suppe. Meine Mutter hat mir schöne, saftige Karotten in meinen Rucksack gepackt. Boris freute sich. Das ist eine gute Idee. Ich habe trockenes Feuerholz in meinem Rucksack. Und Barbara sagte, ich habe einen Topf, Schüsseln und Löffel in meinem Rucksack. Es wurde langsam dunkel. Sie setzten sich um das Lagerfeuer herum und aßen die leckere Karottensuppe. Nach dem Essen waren sie alle drei sehr müde. Sie sagten einander Gute Nacht und legten sich in ihre Zelte zum Schlafen. Der Gesang der Vögel und die ersten warmen Sonnenstrahlen weckten sie auf. Guten Morgen. Guten Morgen, Barbara, rief Miffi. Guten Morgen, sagte Boris noch ein wenig schläfrig. Sie packten die Zelte zusammen und dann machten sie ganz sorgfältig die Feuerstelle sauber. Sie tranken noch etwas von dem frischen Wasser und machten sich glücklich auf den Weg über die Hügel zurück nach Hause. Zelten macht wirklich großen Spaß, sagte Miffi zu Boris und Barbara. So einen Ausflug müssen wir bald wieder machen. In Miffis Zimmer hängt ein ganz besonderer Kalender. Darauf sind die Geburtstage von ihrer Familie und all ihren Freunden eingetragen. Sie will keinen einzigen Geburtstag vergessen. Da ist ein Zeichen für Boris Bärs Geburtstag und für Barbara Bärs Geburtstag. Ein Zeichen für Poppy Pigs Geburtstag, ein Zeichen für Mutters Geburtstag und ein Zeichen für Vaters Geburtstag. Und da ist sogar ein Zeichen für Schnuffis Geburtstag. Und der ist heute. Es ist gut, dass ich meinen Geburtstagskalender habe, dachte Miffi. Es wäre schrecklich, wenn ich den Geburtstag eines lieben Freundes vergessen würde. Aber was könnte ich Schnuffi zum Geburtstag schenken? Ob so ein kleiner Hund wohl Eis und Kuchen essen darf? Ich glaube nicht. Miffi bat ihre Mutter um Hilfe. Heute ist Schnuffis Geburtstag, sagte sie. Was könnte ich ihr schenken? Nun, sagte die Mutter, Hunde spielen gerne. Warum gibst du ihr nicht eins von deinen alten Spielzeugen? Du hast so viele. Miffi ging in ihr Zimmer und sah sich ihre schönen Spielsachen an. Miffi dachte, ich liebe alle meine Spielsachen. Aber ich liebe auch Schnuffi. Was soll ich nur tun? Vielleicht sollte ich etwas selber machen. Etwas nur für Schnuffi. Sie ging zu ihrer Mutter und fragte, was kann ich für Schnuffi machen? Ich habe eine hübsche Schüssel, sagte die Mutter. Du kannst ein Bild von Schnuffi darauf malen? Dann hat sie eine schöne Wasserschüssel. Die Mutter holte die Schüssel aus dem Schrank und gab sie Miffi. Das ist eine gute Idee, freute sich Miffi. Ich nehme meinen Malkasten und male ein schönes Bild von Schnuffi auf die Schüssel. Bald war die Schüssel fertig und sie war wirklich wunderschön. Miffi lief nach draußen und rief, Schnuffi, Schnuffi, du hast Geburtstag. Hol dir dein Geschenk. Als Schnuffi die schöne kleine Schüssel mit ihrem Bild darauf sah, wedelte sie mit dem Schwanz und sprang vor Freude auf und ab. So ein hübsches Geburtstagsgeschenk. Miffi freute sich auch, denn sie hatte die Schüssel ganz alleine bemalt. Sie nahm eine Gießkanne und füllte die Schüssel mit frischem Wasser. Und Schnuffi trank das Wasser aus ihrer neuen Schüssel. Was für ein schöner Geburtstag! Miffi, 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 rief die Mutter. Es ist Zeit aufzustehen, die Sonne scheint. Aber Miffi stand nicht auf. Ihre Mutter rief noch einmal, Miffi, aufstehen! Dann ging sie in Miffis Zimmer und sah sofort, dass Miffi krank war. Sie fühlte Miffis Stirn. Ich glaube, du hast Fieber, Miffi. Ich muss deine Temperatur messen. Sie holte ein Fieberthermometer und steckte es unter Miffis Arm. Die Mutter sah auf das Thermometer. Oh je, Miffi, du hast wirklich Fieber. Miffi sagte, Oh Mutter, mir ist heiß und kalt zugleich. Ja, sagte die Mutter, das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass du eine Erkältung hast. Ich bringe dir noch eine Decke und etwas zu trinken. Wenn man eine Erkältung hat, muss man sehr viel trinken. Ich werde dir dein Frühstück ans Bett bringen. Möchtest du das? Ich habe gar keinen Hunger, sagte Miffi traurig. Wenn du nicht hungrig bist, dann hast du ganz bestimmt eine Erkältung. Wer kann das sein so früh am Morgen, sagte die Mutter. Sie ging zur Tür. Es war Miffis Freundin Aggie. Darf Miffi rauskommen und mit mir spielen? Fragte Aggie. Das wäre schön, Aggie, sagte die Mutter. Aber Miffi liegt noch im Bett. Ich fürchte, sie hat eine Erkältung. Ich hoffe, es geht ihr morgen schon wieder besser. Dann kann sie auch wieder mit dir spielen. Eine Stunde später klingelte es wieder. Die Mutter öffnete die Tür und da standen Boris und Barbara Bär. Auch sie wollten Miffi besuchen, aber Miffi lag immer noch im Bett. Miffis Mutter sagte, wisst ihr, Boris und Barbara, eine Erkältung ist ansteckend. Es ist besser, wenn ihr Miffi heute nicht besucht. Boris und Barbara gingen traurig nach Hause. Die Mutter schaute in Miffis Zimmer und sah, dass Miffi immer noch schlief. Da klingelte es schon wieder. Wer kann es dieses Mal sein, fragte sich die Mutter. Als sie die Tür öffnete, sah sie Boris, Barbara und Aggie draussen stehen. Ihr wisst doch, dass Miffi krank ist. Wir bringen Geschenke für Miffi, sagten die drei, damit es ihr bald wieder besser geht. Wir haben ihr Obst mitgebracht. Ein paar Äpfel, Trauben und Apfelsinen. Das ist sehr nett, sagte die Mutter. Das Obst wird ihr gut tun. Ich gebe es ihr gleich. Die Mutter brachte Miffi das Obst. Miffi war glücklich, dass sie so gute Freunde hatte. Sie aß zuerst den Apfel. Er schmeckte köstlich und Miffi hatte das Gefühl, es ginge ihr schon besser. Und tatsächlich, am nächsten Morgen ging es ihr wirklich viel besser. Und bald konnte sie auch wieder draußen mit ihren Freunden spielen. Eines Tages kam Miffi aus der Schule nach Hause. Sie ging in die Küche und sah, dass ihre Mutter gerade den Tisch abräumte. Ich bin wieder da, sagte Miffi. Hallo Miffi. Als du in der Schule warst, hatte ich Besuch von meinen Freunden. Wir haben Tee getrunken und Kuchen gegessen. Und ich habe ihnen die hübschen Bilder gezeigt, die du gemalt hast. Und jetzt muss ich das Geschirr abwaschen und wegräumen. Kann ich dir mit dem Geschirr helfen? Fragte Miffi. Ja, danke, sagte die Mutter. Aber tue alles wieder an seinen richtigen Platz. Die Gabeln zu den Gabeln. Die Löffel zu den Löffeln. Und die Tassen zu den Tassen. Miffi freute sich, dass sie helfen durfte. Ihre Mutter spülte die Gabeln, die Löffel und die Tassen. Miffi trocknete alles sorgfältig ab. Dann fing sie an, die Sachen wegzuräumen. Da waren vier Gabeln und Miffi legte sie an ihren Platz. Und da waren vier Löffel. Auch die legte sie an ihren Platz. Aber da waren nur drei Tassen. Eins, zwei, drei. Mutter, sagte Miffi, es sind vier Gabeln und es sind vier Löffel. Aber es sind nur drei Tassen. Oh je, sagte die Mutter. Wo kann die vierte Tasse nur sein? Im Spülbecken ist sie nicht. Ich suche sie, sagte Miffi. Sie sah überall in der Küche nach. Die Tasse war nicht auf dem Herd. Auch nicht im Topf. Sie war auch nicht im Schrank. Die Tasse war einfach verschwunden. Ich kann sie nirgendwo finden, sagte Miffi. Hm, die Mutter dachte nach. Habe ich sie vielleicht auf dem Tisch stehen lassen? Aber auf dem Tisch war die vierte Tasse auch nicht. Guck mal, Mutter, sagte Miffi. Meine Bilder liegen auf dem Tisch. Ja, sagte die Mutter. Ich hatte sie mir aus deinem Zimmer geholt. Du kannst sie wieder wegräumen. Aber dahin, wo sie auch hinbehören. Miffi nahm die Bilder und ging in ihr Zimmer. Sie legte die Bilder in den Schrank zu all ihren anderen Sachen. Und da war sie. Die vierte Tasse war in Miffis Schrank. Mutter, rief Miffi. Ich habe die Tasse gefunden. Oh, jetzt fällt es mir ein, sagte die Mutter. Als ich in dein Zimmer ging, um die Bilder zu holen, hatte ich eine Tasse Tee in der Hand. Ich muss sie in deinem Schrank abgestellt haben. Jetzt haben wir wieder vier Tassen. Vielen Dank, Miffi. Eins, zwei, drei, vier. Miffi, 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 komm. Deine Freunde warten schon. Knuffi, Grunty, Boris Bär, Papi, Pig und viele mehr. Musik. Ob du sie, zwei, drei, vier. Ja, ich bin nouveau, wirar beinbar. 받아, Tac Os Stephen. Der entra einen Handel, der supplies her, zwei, drei, vier. Die PVSst. Der eine Haus. humility ist nur für jade, drei verschiedene Heilige Kfarmer. Dbase, ich bin每ier Suøее, ich bin ein. Den Kadern, verruunky, sch..." Stap, beiati, 77, vier. Die perception ist ein? Ich binne, du beschäftige, lobigierter pathet ist.